Guten Abend, bonsoir und bienvenue. Willkommen bei Arte Journal. Im Blickpunkt heute die arabische Welt. Ägypten und der erste Tag nach Mubarak. Die Panzer der Armee räumen den Platz der Befreiung. Das Militär verspricht, die Macht möglichst bald an eine zivile Regierung zu übergeben. Algerien und der niedergeprügelte Protest. Einige tausend Menschen trauten sich, gegen Bouteflika und sein Regime auf die Strasse zu gehen. Ein riesiges Polizeiaufgebot löste die Kundgebung gewaltsam auf. Berlin und die Filmfestspiele. Am Nachmittag lief der erste deutsche Beitrag im Wettbewerb. Schlafkrankheit von Regisseur Ulrich Köhler stellt Fragen zu Sinn und Zweck westlicher Entwicklungshilfe in Afrika. Doch zunächst wollen wir noch einmal diese Bilder geniessen. Der Tahrirplatz, Platz der Befreiung in der ägyptischen Hauptstadt Kairo, selten trug ein Platz, seinen Namen so stolz und so zurecht. Hunderttausende haben hier die Nacht durchgefeiert. Den Rücktritt von Hosni Mubarak und ihren Triumph nach 18 Tagen beharrlichem Protest. Auch heute weht in Kairo ein Wind der Freude und des Sieges. Wissam Scharaf und Ahmed Hassan Sami haben ihn für uns eingefangen. Gleich am frühen Morgen geht es an die Arbeit. Am ersten Tag der Freiheit räumen die Demonstranten als erstes den Tahrirplatz auf. Als wollten sie die letzten Spuren aus der Ära des gestürzten Diktators beseitigen. Ganze Familien kommen. Man beglückwünscht sich. Jeder packt mit an. Dieser Familienvater ist mit seinem Sohn gekommen. Man sieht den Menschen die Erschöpfung an, aber vor allem spürt man ihre Erleichterung. Es ist der schönste Tag meines Lebens. Warum? Wegen der Freiheit. Ich bin frei. Hussein und sein Sohn Ahmed können endlich an ihre Zukunft denken. Der Vater ist stolz auf seinen Sohn. Endlich kann er sein Leben richtig beginnen. Ich würde so gerne noch 100 Jahre leben, um bei ihm zu bleiben und ihn zu beschützen. Früher wollte ich nicht in Ägypten bleiben. Es gab hier keine Zukunft. Ich wollte für fünf Jahre in den Westen, aber jetzt brauche ich das nicht mehr. Ich gehöre zur Jugend dieses Landes und werde unser Land mit verändern. Doch die Revolution hat auch Opfer gefordert. Märtyrer nennen sie jene, die bei der Repression der Sicherheitskräfte ums Leben kamen. Ihre Angehörigen kamen heute auch auf den Tahrirplatz. Der Schwiegersohn dieses Mannes wurde erschossen. Das ist das Foto des Märtyrers Mohammed Amine Mahmoud Musa. Zu Hause trauen wir alle um ihn. Er hinterlässt seine eineinhalb Jahre alte Tochter und seine schwangere Frau. Alles Geld der Welt kann ihn nicht ersetzen. Für die Organisatoren der Proteste ist der Kampf jedoch noch nicht beendet. Dass Mubarak zurückgetreten ist, reicht ihm nicht. Sie fordern Gerechtigkeit. Wir bleiben hier, bis alle unsere Forderungen erfüllt sind. Wir wollen, dass alle Führer des Regimes verurteilt werden, die für den Tod unserer Mitbürger verantwortlich sind. Wir wollen, dass Präsident Mubarak verurteilt wird. Er ist der Hauptverantwortliche für die Toten des Tahrirplatzes. Im Schatten der Panzer hat das Militär heute mit dem Volk gefeiert. Auf dem Tahrirplatz weht der Wind der Freiheit. Die Freiheit des Volkes fern von den politischen Verhandlungen im Hintergrund. Nicht nur in Kairo wurde in den vergangenen Wochen protestiert. Auch in anderen Städten Ägyptens gab es Demonstrationen. Angefangen hatte die Bewegung im Internet. Junge Leute verabredeten sich über die sozialen Netzwerke zu spontanen Kundgebungen. Wie es binnen 18 Tagen zu dem Umbruch kam, dazu ein Rückblick von Frédéric Méon. Wie vor 21 Jahren Rumäniens Diktator Ceaușescu verlässt auch Ägyptens Alleinherrscher den Präsidentenpalais in einem Helikopter. Mubarak flieht in das Sebad Sharm el-Sheikh. Die Revolution hat gesiegt. Die Unruhen in Ägypten begannen am 25. Januar. Wie zuvor in Tunesien hatten sich mehrere Ägypter selbst verbrannt. Daraufhin protestierten Tausende gegen das Regime von Husni Mubarak und ihre Forderung war von Beginn an kompromisslos. Wir sagen Mubarak, es ist vorbei. Drei Tage nach Beginn der Revolte befindet sich ganz Ägypten im Aufruhr. Bei Straßenschlachten mit der Polizei sterben mindestens 62 Menschen. Laut der UNO forderte die staatliche Repression insgesamt mehr als 300 Opfer. An jenem Tag gerät das Regime offensichtlich ins Wanken. Um die Massen zu beruhigen, schafft Mubarak das Amt eines Vizepräsidenten, das er seinem Geheimdienstchef General Omar Suleyman anvertraut. Am Tag darauf regeln die Panzer der Armee das Stadtzentrum von Kairo ab. Kampfjets überfliegen die Hauptstadt. Zum ersten Mal hört man über Kairo-Kampfflugzeuge, das hat es noch nie gegeben. Doch die Protestierenden lassen sich nicht einschüchtern. Am 1. Februar demonstrieren in ganz Ägypten mehr als eine Million Menschen. Daraufhin attackieren Mubaraks Anhänger die Menge auf dem Tahrirplatz. Ein letzter Versuch des Regimes, die Protestwelle einzudämmen. Vergeblich verspricht Mubarak, nicht mehr für das Präsidentenamt zu kandidieren. Seine Gegner wollen nur das eine, seinen Rücktritt. Schließlich erwarten alle, dass Mubarak bei dieser Fernsehrede seinen Rücktritt verkündet. Als dies nicht geschieht, werden die Massen noch wütender. Das Volk will, dass du gehst. Das Volk sagt dir, geh, hau ab, Dieb, Betrüger. 18 Stunden später übernimmt die Armee die Kontrolle über das Land und verspricht, sie nach einer Übergangszeit wieder eine Zivilregierung anzuvertrauen. Und das Volk feiert seinen Sieg. Live aus Kairo zugeschaltet ist unser Sonderkorrespondent Wissam Scharaf. Guten Abend. Man weiß jetzt etwas mehr über die Absichten der Armee. Die Militärs haben einen friedlichen und demokratischen Übergang versprochen. Sind sie glaubwürdig? Nun, ich glaube, diese Frage ist durchaus berechtigt, wie glaubwürdig die Streitkräfte sind. Aber das Militär ist hier ziemlich beliebt bei den Demonstranten, bei der Bevölkerung. Einfach auch deswegen, weil sie sich nicht in die Proteste eingemischt haben. Und Feldmarschall Tantavi, der derzeitige Verteidigungsminister und Leiter des obersten Militärrates, wird ebenfalls respektiert bei einer Mehrheit der Ägypter und auch von der internationalen Öffentlichkeit wird er respektiert. Und Ägypten hat heute Abend erklärt, dass sämtliche internationalen Verträge und Abkommen respektiert werden. Damit will man natürlich die Spannungen auch im Ausland senken. Doch das System Mubarak besteht ja erst mal weiter. Die Regierung, der Militärapparat. Was ändert sich konkret denn? Ja, das System bleibt weiterhin bestehen. Aber die Streitkräfte haben eine Aktion saubere Hände begonnen. Sämtliche Minister, vor allem natürlich die ehemaligen Minister, dürfen das Land nicht mehr verlassen. Es sei denn, es wird ausdrücklich genehmigt. Darüber hinaus gibt es nach wie vor sehr viele Menschen hier auf den Plätzen und Straßen von Kairo. Da muss man auch erst mal wieder Ruhe und Ordnung herstellen. Das heißt, die Streitkräfte müssen Prioritäten abarbeiten. Wir wissen darüber hinaus, dass es innere Spannungen gibt in den Streitkräften. Deswegen wird das alles noch dauern. Dankeschön, Wissam, nach Kairo. Weltweit wurde der Machtwechsel in Ägypten insgesamt begrüsst. In Europa, Afrika, Asien und natürlich in den USA, wo Barack Obama heute Nacht eine Erklärung abgab. Ägypten war seit Jahren der wichtigste Alliante der Amerikaner in der Region. Präsident Obama wünscht sich, das möge so bleiben. Hier ein Auszug. Das Wort Tahrir bedeutet Befreiung. Dieses Wort spricht jenes Etwas in unserer Seele an, das nach Freiheit verlangt. Für immer wird es uns an das ägyptische Volk erinnern, an das, was diese Menschen getan haben, an ihre Ideen, für die sie eingestanden sind und daran, wie sie ihr Land verändert haben. Dadurch haben sie die Welt verändert. Mit Ägypten wurde binnen eines Monats das zweite autoritäre Regime im arabischen Raum gestürzt. Das Land am Nil ist das bevölkerungsreichste und eines der einflussreichsten Länder der Region und überall verfolgen die Menschen begeistert die Revolution. Frank Weinhardt berichtet. Solche Bilder kennt man sonst nur von einer Fußball-Weltmeisterschaft. Doch hier feiern sie nicht die Ankunft von Sporthelden, sondern den Abgang eines Despoten und seines Regimes. Tunis vergangene Nacht, in Tunesiens Hauptstadt, wo die Demokratisierungswelle vor wenigen Wochen ihren Anfang nahm, gingen Tausende auf die Straße, um den Sturz von Hosni Mubarak zu feiern. Einige können noch gar nicht fassen, was da geschehen ist. Was wir fühlen, kann man mit Worten nicht beschreiben. Die Freiheit ist sehr schön, sehr schön, aber wir müssen verantwortungsbewusst sein. Meine Freude ist unbeschreiblich. Wir spüren die Freiheit. Wir sind jetzt frei. Wir wollen, dass alle Diktatoren verschwinden. Im Jemen gerät die Freudenkundgebung für die Ägypter zur neuerlichen Anklage gegen das noch immer amtierende Regime von Ali Abdullah Saleh. Wir müssen dieses Regime loswerden. Ali Abdullah Saleh und seine Familie müssen gehen. Jordanien, Libanon, Bahrain, Irak, überall haben sie gefeiert und hoffen gleichzeitig, dass sich auch bei ihnen etwas ändert. Auch ägyptens südliche Nachbarn, die Sudanesen, im Freudentaumel. Hier hat man kürzlich eine wichtige demokratische Erfahrung gemacht. In einer Volksabstimmung hat sich der Süden des Sudan vom Norden abgespalten. Die ägyptische Armee hat erklärt, Ägypten werde alle internationalen Verträge einhalten. Eine Zusicherung, die sich vor allem an diejenigen richtet, die eine Gefährdung des Friedensvertrages mit Israel und einen Ausstieg Ägyptens aus dem Friedensprozess befürchten. Israel hat diese Ankündigung begrüßt. Doch eine offizielle Reaktion auf den Rücktritt von Hosni Mubarak gab es nicht. Ministerpräsident Netanyahu soll den Ministern sogar untersagt haben, sich dazu zu äußern. Andere Kommentatoren sind da weniger zurückhaltend. Uri Schneider. Seit zwei Wochen verfolgt er gespannt die Nachrichten des arabischen Fernsehsenders Al-Jazeera. Swimazel, ehemaliger Botschafter Israels in Ägypten, fragt sich, ob der israelisch-ägyptische Frieden in Gefahr ist. Das Volk in Ägypten, glaube ich, hat nicht das leiseste Verlangen, zu einem Kriegszustand zurückzukehren, also den Friedensvertrag aufzulösen und unnötiges Geld in die Armee zu stecken. Das ist gesunder Menschenverstand. Aber wir wissen auch, dass in der ägyptischen Opposition radikale Kräfte sind, die erst jetzt aufwachen. Für Israel Grund zur Sorge. Doch im palästinensischen Ost-Jerusalem herrscht Aufbruchstimmung. Die arabischen Zeitungen berichten vom Ende einer Tyrannei, so auch Hassan Dandis, Journalist der Tageszeitung Al-Quds. Die Diktatur von Präsident Mubarak hat das Volk so in die Ecke gedrängt, dass sein Sturz unabdingbar wurde. Und ich würde liebend gerne auch andere arabische Regime fallen sehen. Mubarak spielte die Rolle eines Stadthalters. Auf dem Rücken der Palästinenser setzte er die Politik Israels um. Auch Chagit Ofran von der israelischen Friedensbewegung Peace Now ist nach Ost-Jerusalem gekommen, um den Finger am Puls der palästinensischen Gesellschaft zu haben. Alle arabischen Regime sind im Moment in Aufruhr. Wenn wir nicht jetzt unseren Konflikt hier lösen, dann stärken wir nur immer mehr die radikalen Kräfte. Die Palästinenser sind hoffnungsvoll Israel besorgt. Doch beide sind sich einig, dass mit dem Sturz Mubaraks die Karten des gesamten Nahostkonflikts neu gemischt werden. Ob im Nahen Osten oder im Maghreb, die Frage ist, welches Regime als nächstes stürzt. In Algerien versucht die Opposition nun, die Welle der Demokratisierung für sich zu nutzen. Doch das Regime von Abdelaziz Bouteflika will nicht der nächste Umfallkandidat sein. In Algier standen heute wenigen tausend Demonstranten zehnmal so viele Polizisten gegenüber. Marc-Antoine Valverde. Beflügelt von den Ereignissen in Tunesien und Ägypten rufen die Algerier immer lauter nach Freiheit. Rund 2000 Menschen haben heute in Algier für einen Systemwechsel demonstriert. 30.000 Polizisten waren im Einsatz. Mehrere Gruppen von Regimegegnern hatten zu dem Marsch aufgerufen. Ihr Ruf nach einem demokratischen Wandel wurde von den Sicherheitskräften brutal niedergeschlagen. Wir wollten diesen Marsch organisieren, aber er wurde von der Regierung nicht genehmigt. Teile der Bevölkerung haben beschlossen, trotzdem zu demonstrieren und für Algerien ein neues politisches System zu fordern. Auch in Algerien hat die Diktatur einen Namen. Präsident Abdelaziz Bouteflika ist seit 1999 an der Macht. Zweimal wurde der 73-Jährige bei gefälschten Wahlen mit 90 Prozent der Stimmen wiedergewählt. Er ist das Symbol eines korrupten Systems, in dem sich die Generäle und Mitglieder der Partei des Präsidenten die Reichtümer aus Erdgas und Öl teilen. Wie in Tunesien und Ägypten herrschen im Volk Arbeitslosigkeit und Armut. Womit auch in diesem arabischen Land die Voraussetzungen für eine Revolution erfüllt sind. In Paris kamen heute mehrere hundert Menschen zusammen, um ihre Solidarität mit den Demonstranten in Algerien zu zeigen. Viele junge Franzosen algerischer Herkunft protestieren gegen den autoritären Präsidenten Bouteflika und fordern demokratischen Wandel. Andere machen ihre Wut mit Musik- und Poesieluft, wie der Rapper Y, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Aus Paris, Nathalie Daiba und Björn Kathofer. Die Marianne auf dem Pariser Place de la République ist 1345 Kilometer von Algier entfernt. Bis hier wird der Hauch von Hoffnung auf eine politische Veränderung wie in Ägypten. Die französisch-algerische Gemeinde demonstriert so ihre Verbundenheit mit der Opposition in Algerien, selbst die, die hier geboren sind, die das Land ihrer Eltern nur aus dem Urlaub kennen. Die Jugend braucht genau diesen Elan, diese Hoffnung, die durch Tunesien entstanden ist und dann weiter durch Ägypten gestärkt wurde. Und wir wollen genau das Gleiche in Algerien erreichen. Denn die Jugend dort hat die gleichen Probleme und sie braucht genauso Freiheit und Demokratie. Ich fahre jedes Jahr hin. Ich habe dort meine ganze Familie. Ich weiß, was in Algerien los ist. Ich bleibe jedes Mal 2, 3 Monate und sie erzählen mir viel. Ich sehe, wie sie leben. Die Armut, wie hart das ist. Manche haben studiert, sind 25 oder 30 und haben nichts. Sie werden behandelt wie Hunde. Nicht Demonstrationen, sondern Worte sind seine Sache. Der Rapper Y hat niemals einen Fuß nach Algerien gesetzt. Sein Vater, ein Oppositioneller, wurde im Exil in Paris erschossen. Und so rechnet er in einem Lied mit den Mördern, dem Regime von Präsident Bouteflika, ab. In Frankreich war es ein Tabu zu sagen, Algerien sei ein autoritäres Regime. Mit Tunesien war es genauso. Man redete immer von Demokratien, die etwas hart seien, ein bisschen autoritär. Aber niemand hat klar gesagt, dass es Diktaturen sind. Und jetzt beobachte ich, dass die Leute freier sprechen. Und das ist sehr gut so. Geschrieben hatte er das Lied noch vor der tunesischen Revolution, um genau dieses Schweigen zu brechen. Wegen des Mordes an seinem Vater ist bisher niemand jemals vor Gericht gestellt worden, auch nicht in Frankreich. Y hat also mit Bouteflika noch eine Rechnung offen, wie so viele hier in Paris. Letzten Blick nach Kairo auf den Tahrirplatz, wo aufgeräumt, aber auch weiter gefeiert wird. Die ägyptische Armee hat die Regierung mit der Führung der laufenden Geschäfte beauftragt und eine friedliche Machtübergabe an eine demokratisch gewählte Regierung versprochen. Das war Arte Journal am Samstagabend. Morgen Sonntag gehen wir schon um 18.45 Uhr auf Sendung um viertel vor sieben für eine halbe Stunde Nachrichten aus Politik und Kultur. Schönen Abend noch. Tschüss.